Speer haben ein paar unbenutzte Vorratskisten in diesem Gebiet lokalisiert. Sichert diese Standorte und passt auf, dass euch keine Maden in die Quere kommen. Optionales Ziel war keine Waffenexperten einsetzen, aber ich brauche die Jungs. Die haben Planeten und Munition und eine Minigun. Mal Punkte einsammeln, ne? Die sind auch rechner nebeneinander, das ist schon mal sehr gut. Wir haben hier Deckung. Okay. Überwache die Umgebung. Sehr gut. Geht klar. Überwache die Umgebung. Da kommen die Maden! Ja, wo denn? Boomer! Finde ich immer gut, wenn man nur was hört und nix sieht. Also, in der letzten Folge habe ich ja episch Kissen aufgenommen. Ja, da sind... Da sind Sachen bei, die sind okay. Aber die hauen einen jetzt nicht um. Geht klar. Bestätigt. Ich höre. Ich höre. Huta. Na komm, ich bin bereit. Na, und ihr ist... Bereit machen für den Angriff! Da kommt das Volk. Da ist er. Überraschung, Arschloch! Na, aber wird das klasse. Das wird ein Träumchen, sag ich euch. Verteidig dieses Gebiet! Boom. Ich brauche meine Munition! Denn lad doch nach! Scheiße, ja! Okay. Wir sichern diese Position! Dann ist Käpt'n Boom. Halte Ausschau! Da standen! Was? Wie? Wieso kann... Wieso... Wieso geht das nicht? Was ist das für ein Scheiß? Die lernen's nie! Hey! Keine Munition mehr! Bestätigt! Geht das wegen der... Auch wenn wir hellen Zug füllen... Dieser Effekt steuert sich jedes Mal, wenn ihr einer schießt. Hm... Geht aber gerade nicht. Sehr gut! Krabbelviecher ist von hinten, okay. Der eine hat einen Arcon-Punkt. Das wird anstrengend. Aber ist okay. Wir holen uns... Wir holen uns einfach den Boomshot. Darf ein Experte auf Stand-by. Verstanden. Na klar. Ah, komm schon! Natürlich! Diese Zecken sind nicht zum Kuscheln hier! Kick sie weg, bevor sie explodieren! Schussfeld festgelegt! Bin gleich da! Hä? Kaum noch Munition! Ich fühl mich schon sicherer! Bleibt jetzt standhaft! Ja, Nachschub haben wir. Sooo... Alles klar! Wir sind dran! Hm. Jetzt gibt's auch... Bereit! Keine Munition mehr! Dann lad doch noch nach! Frustrierendes Gebrüll finde ich ja auch interessant! Bereit! Ähm... Bist du denn? Hat nicht einer den Boomshot aufgenommen? Zu Befehl! Na? War nicht eben so, dass alle tot? Muss bald nachladen! Das nennt man Effizienz! Easy. Augen aufs Ziel! Und jetzt? Ja, machen wir denn jetzt! Machen wir denn da! Das geht natürlich nicht. Nur noch ein Schuss! Da, klar! Er hat halt keine Trefferchance, ne? Wat, wat, wat kann er überhaupt? Was ist hier? Ich halte die Augen offen! Aufgepasst! Sie kommen! Vorwärts! Vorwerk! Teppich! Woher hin? Ab euch! Es geht voran! Die Hälfte ist geschafft! Er ist auf jeden Fall zielsicher, wenn die Tüte Milch da hinten... Bereit für die Konfrontation! Und bleib losliegen! Ein Stückchen! Na komm, ich bin bereit! Und ich es! Aha! Erzähl deinen Freunden von mir, Arschloch! Genau! Ja? Ich könnte jetzt zum Exekutieren einfach da hingehen, ne? Könnte ich. Mag ich aber nicht. Wir haben noch Munition! Es ist noch die letzte Made! Auf mich kann man sich verlassen! Ja, ja doch! Meistens geht's mit ihr so, ne? Achtung! Da kommen sie! Ja, komm mal hoch! Falsches Gesichtchen! Guter Kill! Jetzt sind wir dran! Jetzt sind wir dran! Ach, diese Runde können wir keine Splittergranate werfen, wieso auch immer! Genau! Ins Fahrtenkreuz! Erzähl deinen Freunden von mir, Arschloch! Genau! Alles im Blick! Ja? Ach, sie ist ja auch noch da! Mensch! Halte Ausschau! Ja, mach das mal! Ich seh sie! Was kommt da noch Schönes? Ist ja gleich geschafft! Was? Jetzt schon Mission abgeschlossen? Hä? Verstehe ich nicht! Stand da nicht noch zwei Züge? Hm! Oder wäre es einfach für die Gegner unmöglich gewesen, dass das so schnell geht? Komisch! Komisch, komisch! Holmes Was ist zum Beispiel Wirklich? Vielen Dank.